Hallo liebe Freunde, wie in jedem Jahr schicken wir euch ein Video, um auf die letzten Konzerte des Jahres hinzuweisen. Leider diesmal nicht aus der Shopping City Süd. Sie hatten keinen Weihnachtsbaum mehr. Nun ja, also die letzten Konzerte 2019 finden statt. Zunächst am Dienstag, den 3.12. in Kassel im Theaterstübchen. Dann geht es weiter mit der Winter Jam in der Bischofsmühle am Donnerstag, den 5. Dezember. Thema für diese Veranstaltung ist Hollywood Fats und zu Gast wird dabei sein Big Dave aus Antwerpen. Wir freuen uns riesig drauf. Dann geht es weiter am Donnerstag, den 19.12. in Hannover im Jazzclub mit Special Guest Bonita. Wie ebenso am 20.12. Dann geht es weiter am 21. sensationelles Konzert in Lamspringe, unserem Heimatort im Zentralhotel. Auch das wird eine Riesensause rechtzeitig Karten sichern. Und Heiligabend am 24.12. seit 75 Jahren spielen wir unseren Auftritt in der Bischofsmühle zu Hildesheim. Dann geht es weiter am 26.12. wie auch in jedem Jahr spielen wir in Nordheim im Turm 2.0 und hoffen auch da, dass alle wieder mit dabei sind. Immer eine schöne Veranstaltung. Du bist zu spät! Das letzte Konzert für uns im Jahr 2019 findet statt in Bad Salztetford. Mittlerweile zum vierten Mal im Relaxer Hotel, die große Silvesterparty. Wir freuen uns drauf. Und Berki, wie sieht es mit dir aus? Schwein oder nicht Schwein? Das letzte Konzert für uns im Jahr 2019 geht's! Spend my time with you Spend my time with you